Musik Ich bin übrigens ready Der Flammenwerfer, gell? Den will ich wieder haben Aber diesmal versuche ich alles zu vermeiden, was irgendwie Versuchen wir es nochmal In hohe Konzentration gegliedert Genau, ich will eine Kettensäge Den Flammenwerfer lasst diesmal liegen Ja gut, gut Ich will trotzdem eine Kettensäge Die Kettensäge Ich höre schon wieder nachher einen Flammenwerfer hat Ähm, ähm Will ich das Präzisionsgewehr? Ich weiß nicht Nehmen was anderes Ich glaub das mach ich mal Ich wechse mal die Waffen richtig cool ein Ich gön mir jetzt Mal einen Techniker Oder warte Wenn ich jetzt einen Techniker nehme, dann wird doch wahrscheinlich wieder hier alles abspacken, oder? Weiß ich nicht Probier aus Ich versuch's mal Einer von uns sollte schon Techniker sein Wir machen zwei Ich wusste es Ich wusste, dass das passiert Ups Sorry Ich wusste, dass das passiert Ich wusste, dass das passiert Mann Ich bin ready to get it on Ach scheiß Okay Wir machen jetzt ein Tutorial draus Und zwar Warte, 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 bevor Dann wähle ich mir aber ein Offizier Äh, das kannst du auch so machen Ja, ne, nicht dass du es dann gerade gemacht hast und ich dann anfangen und alles wieder verwurschen Select, ähm Wurst hell Ähm Ganz Super Ich glaube das war 6 4 1 6 3 Ja Wunderbar Perfekt Und das Der kriegt wieder das da Und Oh, der ein Selbsthaltungskate, ich weiß es nicht Wir haben quasi jetzt zwei Techniker, einer davon mit Munition mit Ich will allerdings zwei Waffen Und zwar Ähm, es reicht, wenn einer Muni dabei hat und Ja 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 Und dann kann einer einen Turret nehmen Will ich nicht Dann nimmst du das Turret Haha Ah, ja gut Ich brauch die Kettensäge Sollen wir die gleiche Waffe entlassen und das geht ja Ich nehme einfach zweimal Zeit Ach so, das hier und Turret Ich bin gespannt, ich hab die K80 noch nie benutzt Ähm, sag mal überhaupt nichts Let's go Bereitschaft erzwingen Ding Oh verdammt Oh, guck mal, ich bin gelb Okay Squad, commandant, der Computer ist aufgerüstet Wir gehen erst nach links Komm mit Oh fuck, da geht's nicht Haha Wow Guck dir das mal an Ja, ich weiß schon Das ist ein Akimbo Richtig geil Akimbo Oh shit Oh shit Oh shit Oh geil, ich muss die nachladen Ich muss die selber nachladen, was? Das Präzisionsteil Nach jedem Schuss, Alter Ja Rechtskrieg war nochmal, äh, Nahkampfhörnquiff Ja Was? Rechtskrieg klick Ja Oh scheiße Was? Ich kann Marine steuern? Ja, du kannst jetzt, äh, ein Bot steuern Oh, jetzt bin ich sanitäter, ich wollte auch, okay Okay Wollen sie eine Pizza? Wollen sie eine Pizza? Wollen sie eine Pizza? Ähm 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 Die Waffe ist scheiße Ähm Wobble Aua Wobble Das sind aber nicht Wobblegeister, gell? Nee Aber Nein Super Kompadre Was labert er da? Ja Keine Ahnung Ja Ich nehme wieder die Kettenwege, dann brauche ich keine Munition mit mir Angriffsdüsen? Nein, die machen wir nicht Nee, die kann ich gar nicht mitnehmen, weil ich brauche ja den Handversen vor Ja Warum legt er ab Sanitären nicht Ach so, weil ich das machen muss Ja 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 Wo ich überhaupt von Menschen ausgehen kann Was liegt denn da drin? Was sind das? Ach das ist Munition Ach das ist das Munition Hello So Tür aufgeschweißt Ich nehme die Kettensäger Ähm Kann ich beides haben bitte? Dann habe ich Willst du die Munition mitnehmen? Du brauchst das Tür nicht mitnehmen Nein? Äh, Turret brauchen wir vielleicht noch. Turret find ich wichtiger. Achso, im Muni haben wir gar keine Ergurt. Ja, deswegen. Ich hab die mit dem Soller weggelegt. Ja, deswegen hab ich jetzt gerade nicht gesehen. Aber wir können auch die Mutation kurz rauslegen und du füllst halt auf und dann gehen wir wieder. Nee, ich nehm sie lieber mit. Ja, ich hab'n Flammen mehr füllt. Hä? Nee. Ich halt Abstand. Diesmal kann ich ja nicht alle töten, ja? Diesmal hab ich mich erst getötet. Dieses Auto-Reloading, das bringt mich so durcheinander, wenn du einfach re-loadet und du musst es timen. Alter, what the fuck. Wie viel Schaden ich einfach mal kriege? Die Viecher hier oben sind, oder? Ja, Fick. Warte kurz, ich fiel mich gerade. Äh, willst du ja auch für leuchtet? Jetzt ist es zu spät. Dein Ernst. Oh nee. Ich muss ja hacken. Ohne Momento. Momento U noch. Äh, so geht's nicht. Okay, eins ist durch. Alter, what the fuck. 2 ist durch. Ich schaff das. Aua! Und 3 ist durch. Hm. Das ging jetzt schneller als bei dem Pot. Echt? Ja. Ich bin ja auch Bro. Nein! Sorry! Ich vergesse den Sinne. Habe ich gerade einen von uns getroffen? Weiß ich nicht. Mit den Raketen? Weiß ich nicht. Wow. Was? Auf das Terminal zieht heute? Was tue ich denn mit dem Terminal? Ohne. Dann nimm die Muni. Äh, ich nehm mal das selbst als Haltungsgip. Der Ballert halt einfach noch durchs Fenster. Aua. Ähm. Ach du Scheiße. Fettensäge. Aua. Warte. Was ist denn da hinten? Das Terminal. Was bringt denn das? Wie geht denn? Jetzt habe ich mich selbst gehandelt. Warte kurz. Was ist denn hinter dem Terminal? Geschützturm. E-Mail. LOL! Hier ist ein Geschützturm. Ja geil. Den steuern. Den habe ich gerade gesteuert. Das fällt der jetzt auch. E-Mail. 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 Ja gut. Ja gut. Ja gut. Dann mal weiter. Hier. Hier. Danke dir. Erstmal hin. Ähm. Okay okay. Es geht weiter. Es geht weiter. Wo zur Hölle bin ich denn jetzt? Hahaha. Es ist einfach... Ja lol. Siehst du das? Ja. Ich kann hier durch die... Die Tür ist bei mir zu. Ich kann da durchlaufen. Bei mir ist die offen. Hahaha. So dann lass mal weitergehen. Wir müssen in der Runde. Und er dubbt wieder mir hinterher. Perfekt. Jetzt nicht mehr. Halt die Fresse. Hahaha. Baut auf... Was? Was? Passt du mit deinem Zusammenbruch? Ja. Voll dabei. Schneid schon mit der Kettenbrüge. Warte mal. Ich hol mir mal kurz die Angriffsschuhe. Weil ich hab mein Selbsthaltenskit versehen nicht verbraucht. Was? Wunderbar. Wer macht zu wenig Nahkauf? Das ist mir grad so. Äh ich hab zu wenig Nahkauf Waffe. In... 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 So, nimmst du den Feuerlöscher eben? Kannst ja Musik- äh Musik. Musik. Kannst ja die Musik mal hinlegen? So. Wickedie Wickedie! So dann nimm mal den Feuerlöscher. Feuerlöscher! Wir brauchen glaube ich nix mehr. Du kannst ja die Leute löschen wenn ich die Leute anziehe. Ich hab gerade die brennenden Monster ... gelöscht. Das war irgendwie... Ich bin interessiert, ob der hat auch Munition. Ne, der hat keine Munition. Doch? Nein, der hat eine Heilung. Nein, der hat unten aber als Munition. Der braucht schon was, ich hab nur noch sechs verziehen. Wenig Munition steht jetzt gerade. Bastille! Nein, Bastille, du darfst nicht sterben! Warum... ...liegen die zielsuchenden Raketen... ...auf uns? Ich weiß es nicht. Sinnvoll wie noch was. Ähm, noch mal Heal, noch mal Heal, noch mal Heal, noch mal Heal. Noch mal? Ich würde gerne anders tummeln. Gewähr Munition. Kannst du mir... eine Stützung geben? Ja. Okay, es geht auf, es geht auf. Und dann gleich rein, äh, da sind doch die hier drin. Was für gleich rein? Ja, die Tür kann man, die Tür kann man hier aufbrechen. Bringt aber nichts. Achtung! Ich lege nochmal einen Heal hin. Wo... Wo, 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 wo? Hier! Das ist natürlich präzise gelegt. Wie lange braucht eigentlich diese... ... die blöde Tür? Ein Ballchen. Low Motion Tür oder was? Angepasst an die Slow Motion Devs, wie wir immer. So, die Tür geht gleich auf. Ja, die Tür öffnet sich langsam. Ja, die Tür öffnet sich langsam. Ich hasse das Nachladen. Das ist hochbesch... Ich baller mit dem Raketenwerfer, ähm... Oh, Raketenwerfer, wie immer? Ich muss jetzt rein. Macht das Teil Schaden? Der Flammenwerfer. So, Raketenwerfer. Ja, Raketenwerfer habe ich. Weil du Raketenwerfer gesagt hast. Ja, das war versehen. Da dachte ich jetzt an die Raketenschuhe. Und dann dachte ich gerade so, hä? Ach so! Ich hab's jetzt auch gerade ins Gefliegt. Verbrennt! Ich hab keine Muni mehr. Bei mir ist es manchmal einfach flexartig, dass ich die Ernst. So, komm rein! Ich lass nochmal hier den Medic auffahren. Oh, wir haben's geschafft. Ja. Okay. Nächste Waffenfreie Schaltung. Frostgranaten. Find ich gut, find ich gut. Freundbeschuss. War wieder nicht der... Diesmal war ich's nicht. Ey, komm, diesmal war ich's nicht. Ha, verdammt, ich war's doch. Ne, warte. Abschüsse war... der Bot besser als wir. Ach so, ich war ja zwei. Ich war ja zweimal. Nein! Guck dir mal auf der Minimap das an. Sieht auch ganz cool aus. Ach so, da bin ich ganz am Anfang gleich gestorben. Blup! Demut! Das war schlimm. Abschüsse. Oh, der Bot. Der Bot hat rausgehauen. Gesundheit, Alter. Ja. Meine... 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 Der Gesundheitsstart ist vom Roten. Das Beste. So. Fortsetzen. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Ja. Das war. Ich habe mich dieser Hinscharnat. Wir gehen eine Ausbildung auf. Vielen Dank.